Was geht, Leute? Wir sind heute unterwegs. Ihr seht das zwar nicht oft hier, aber hin und wieder könnte das mal vorkommen. Wir sind genau unterwegs in Koblenz. Was wir da machen, wir sind mal ganz kurz nach oben. Ich glaube, man kann so ein bisschen erahnen, dass es sein soll, wo es umgeht. Und es geht heute für uns in den Rennsimulator. Wir sind in der eSports Nürburgring Bar. Das musst du selber nochmal nachlesen. Und da fahren wir heute ein bisschen Rennen. Und zwar denke ich mal an ein Formel 1 Auto, wenn die das da haben. Und ich würde euch sagen, ihr kriegt euch mal einen kleinen Einblick von innen. Bis zum nächsten Mal. Outro Got nightmares in my head, I fear Let the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it could build and build until you finally see It's taking over, damn no closure, moving closer No exposure, I just wanna be a loner Some can't stay sober, looking over all their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck Under the rug, all my problems that I shove I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I've been feeling weird, I can't see if your focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the ends in sight for me But, lets me really, real anxiety can foggy all this stuff I've been feeling weird, I can't see if your focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the ends in sight for me But, lets me really, real anxiety can foggy all this stuff It sucks, when you finally feel like giving up Oh god, no luck, everything feels like you're sticky stuck I'm lost, handcuffed, to the bed where I sleep, don't give a fuck Can't stop, unplugged, feeling overwhelmed, I think I've had enough Gotta find a way to get some energy Gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories Not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless Psychosis, if I keep moping I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I've been feeling weird I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the end's in sight for me But let's be really, real anxiety can foggy all this up I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the end's in sight for me But let's be really, real anxiety can foggy all this stuff But let's be really, real knock off 3 brand new mental health They're not even though You'd love to find cells They even url You're a đầu Bulletproof You're a đầu You're actually, real You're Yan' است You're a道 You're a girl You're a matter You're a girl So Leute, wir sind fertig, wir sind wieder draußen hier vor dem normalen Standort, wie ihr euch das irgendwo gesehen habt. Resümee zu der ganzen Sache, es war eine Erfahrung auf jeden Fall wert, definitiv. Also wenn ihr mal Bock habt und wirklich sagt, ey, ich will nur mal das Funatec wenigstens testen oder mal wirklich gucken, wie sich das anfühlt, wenn sich der Sitz bewegt, dann kommt auf jeden Fall her, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Preise sind voll okay, alles in der Bio kommt vorbei, die freuen sich auf jeden Fall auf euch, denn es gibt nichts Reines außer Racing. Ihr werdet hier sehr nett bedient, ihr kommt direkt rein, ihr bekommt direkt was zu trinken, also es ist einfach geil. Das Team ist super, sobald ihr irgendwelche Fragen habt, die kommen sofort. Wir hatten jetzt ein kleines technisches Problem mit dem Lenkrad, das wurde sofort behoben, wir haben uns so direkt umgesetzt und alles war super, also glückliche Top Top Team. Sehr gut geleistet, sehr sehr freundlich und es gibt einiges, wie gesagt, die kommt vorbei, die testet selber. Es ist geil. Wenn ihr das natürlich noch nicht getan habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, ist kostenlos und lasst natürlich ein Like da, falls euch das ganze hier gefallen hat. Für weitere Infos, wenn ihr das ganze selber mal besuchen wollt oder sagt, ich will nur erstmal gucken, alles unten in der Videobeschreibung vorhanden, dann dort Öffnungszeiten, könnt ihr alles nachkommen. Vielen Dank.